ARD Text im Auftrag von Funk Von denen er geredet hatte? Das sieht auf jeden Fall alt war er Der ganze Ort hat sich komplett aufgelöst Und ist zu einem wandelnden Assassin Parcours geworden wenn man es genau nimmt Eigentlich will ich da woanders hin oder? Will ich da rüber? Ich will anscheinend da rüber Alter, in so einer Höhe rumklettern Das könnte ich nicht, gar nicht Ich hab mich da hochgebrochen oder ich hab mich da hochgebrochen? Ich hab mich da hochgebrochen oder ich hab mich da hochgebrochen? Wohohohoh Wie hat der das mit dir reingeschafft? Wir haben etwas aktiviert Ich hab das mit dir widerleten, selbst normalerweise von der Session Street ausgeht Was sieht denn alles an? Das kann nicht sein Zum einen Wy же Jetzt wollte ich nur austricksen, dass der rüber rennt und dann passiert sowas. Naja, das hätte man eigentlich richtig auch denken können. Naja, egal. Und hier gibt es noch einen Rettung, den verbunden in der Bühne. Du kannst nicht mehr sehen. Er ist hier, mit ihm zu retten. Okay. Ah, das ist krass. Da hoch komm ich, ja. Für mich natürlich. Ah, das ist klar. Okay, das wollte ich jetzt so gar nicht. Gut, dass es das gemacht hat. Da war der und dann der. Ah, das ist hier. Das ist hier wahrscheinlich irgendwie. Wo diese Dinger zur Toros gelang. Die juckt das gar nicht, dass ich da. Ich bin vor Folge. Das stört den gar nicht. Wir hätten uns zusammen tun können, nein, Mann. Wir hätten die Macht übernehmen können. Und all diese mickligen Reiche in die Knie gezogen. Es stellt so viel Potential in dich. Und das ist echt nicht so gut. Ich habe mich schon gewundert, warum das so irgendwie da rumgeht. Und ja, geht das, äh, okay, alles klar. Nicht alles machen wir, oder? Nee, okay. Und den letzten Teil. Das geht ja. Das ging echt los. Nur nichts überstopfen. Dann wird das. So. Oh, schaffe ich das noch? Komm schon. Das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich kann, glaube ich, schon in die Ritze reinfeiern. Den Fall ist aber so. Ähm. So. Ne, das ist sicher. Ich glaube, das kann doch nicht. Boah! So. Ich kann doch auf jeden Fall. Schon mal hierher. Jetzt geht es an. Jetzt kann ich schon mal hierher ran. Und jetzt kann ich hier ran. Okay, das haben wir schon mal. Der ist eigentlich über mir. Theoretisch könnte ich eigentlich so ziemlich hochklautern, aber geht irgendwie nicht. Na gut, dann geht es mir weiter. Ein riesengroßer Umweg. Warum nicht? Ne, gerne ein riesengroßer Umweg. So. Jetzt wieder hoch. Ich finde es auch geil. Ich meine, der Torus. Ich finde es auch geil. Wir werden nicht. Ich finde es auch geil. Potentiale. Es gibt so viel, was du noch nicht erreicht hast, was ich dir zeigen kann. Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werkvollende, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwetter, als ich selbst je beging. Nun, daran glaubst du verhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher, jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja, nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Horace hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Käpt'n Kenways Torhalt! Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Wir waren Gefäße, als sie zuletzt hier waren. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, lohnt es uns die Fahrt. Dann liegt es an uns, sie zu holen, bevor die Tempter davon hinbekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber... Erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Ich glaube, diese Mail, die er gerade bekommt, Mail vor allen Dingen, diesen Brief, den er bekommen hat, ist nicht unbedingt das, was er haben wollte. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde, und bis dahin wünsche ich noch einen... Na gut, ich wird sowieso alles in ein Stück aufnehmen, also bis zur nächsten Aufnahme. Tschüß! Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Käpt'n Kenways Torhalt! Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen Wir waren Gefäße, als sie zuletzt hier war Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts Doch, nun sind sie fort Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen Bevor die Tempferder von Winden kommen Dabei könntet ihr uns helfen Werde ich, Anna Erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe Das kam letzte Woche an Wie ein Neuanfang Und damit hat sie zurück Ich hab nochmal diese Sequenz einspielen lassen Oh, es geht gleich weiter Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt Nicht in dieser Epoche jedenfalls Ich wünschte, ich könnte das alles erklären Aber es bleibt nicht viel Zeit Die Kurzfassung ist Du hast meine geliebte Juno gesehen Und für einen Moment Dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen Aber irgendwas ging schief Und jetzt Ist sie wieder da draußen Ziellos Oh, sie war absolut hinreißen Aus einer Rasse wildschöner, wunderbarer Kreaturen Sie haben euch erschaffen Wusstest du das? Dein Volk war nur Ein Werkzeug für sie Das ist alles, was ihr war Alles, was ihr je sein solltet Nicht mehr lang, hoffentlich Denn die Welt ist schon fast reifend Für ihre Rückkehr Tanett Bereit für ihr zweites Kommen Da kommen sie Diese Templer Oder vielleicht Assassinen Idioten Alles ab Ich beneide dich Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße Es war ihr Experiment Das meine Wiedergeburt ermöglichte Als eins von Diesen Dingern Und bleiben Auf den Rücken legen Sofort Er ist bewaffnet Führe mich in das Grau, Geliebte Ich bin dein Instrument Waffe fallen lassen Runde damit Weg mit der Waffe Sicher Sicher Prüft den Polz Der Verblute Zeigt das Opfer Sind sie okay? Können sie mich hören? Hallo, sagen sie etwas Sind sie okay? Robots Lebt Was? Sie sind wahr, Gott sei Dank Ich hoffe, es geht Ihnen gut Können Sie aufstehen? Ich denke schon Natürlich habe ich den Kommunikator Der Doktor war hier Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis Das alles tut mir so furchtbar leid Einfach alles Unsere Beweise, wie sind alle auf Sie? Dabei ging alles von John aus Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es Das war wirklich gute Arbeit Wo wir davon sprechen Unser Trailer ist fertig Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen Das hätten wir Erst jetzt in Ihrer Datenbank Sie können ihn hier ansehen oder im Animus Sie werden ihn mögen Er fängt tatsächlich den Den damaligen Zeitgäst ein Bis bald Und nochmal Vielen Dank Mir wurde gerade nur eine Spritze mit einer lila Essenz Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen Erkennen diese Männer Nichts ist mehr heilig Und die ganze Welt dreht sich nur Um Rum Beute Und Frauen Hola, Ladies Diesen Sommer Brechen Sie mit Abstergo Entertainment Zum Abenteuer Ihres Lebens auf Schärfen Sie Ihre Entermesser Polieren Sie Ihr Holzbein Und segeln Sie mit den Teufeln der Karibik Die Altersfreigabe steht noch aus Kenne ich irgendwoher Okay, wir sind wieder zurück, meine Lieben Und, naja Was jetzt? Sag was, Idiot Sie in das Licht Ist das nicht die Batterie? Ich glaube, das ist die Batterie Hallo? Hallo? Äh Äh, entschuldige Mein Name ist Sean Und, ähm Da hinten ist Rebecca Meine, ähm Meine Komplizin Hallo Verflucht gute Arbeit vorhin Mann ich ganz ehrlich Uns all diese Daten zu beschaffen Ist nur bedauerlich Dass unser Kontaktmann hier drin So ein, ähm Also, ähm Fanatiker war Das trifft es wohl Schätze ich Wir nehmen, wen wir kriegen Genau Sehr gut gesagt John erschien uns als gute Gelegenheit Tiefer in die Cloud-Server von Absterbo einzudringen Und, ähm Dafür schäme ich mich nicht Wir ergriffen sie Ähm Nur wussten wir leider nicht Dass er dich dafür eingespannt hatte Ähm Als Südenbock Falls es schief geht Ich schätze Es hat ja doch noch alles super geklappt Größtenteils Jedenfalls Was Sean eigentlich sagen will ist Wenn du weiter für uns hacken willst Sag Bescheid John hat dir Sicherheitsfreigabestufe 3 gegeben Bevor er starb Das solltest du nutzen Die Assassinen können leider nicht so viel bezahlen Wie die Templer Aber es wird sich trotzdem lohnen Ah, sieh mal Wir sollten uns kurz fassen Wechsel 20 Sekunden Ah, richtig Viel Glück Mach's gut Echt gute Arbeit Echt gut Klopft er auf die Schulter Und, ähm Frohes Hacken Gut Soviel dazu Ich nehme an Das war jetzt Ja, Sean kennt man ja noch Und dann war es die andere Die vorher noch da war Die waren mit dem also im Bunde Aber er selbst Hat das wohl nicht so gesehen Jetzt bin ich irgendwie In der Eigenperspektive gewesen gerade Und dann